Liebe Freunde des Boxbeutels, in diesen bizarren, ja abstrusen Zeiten sehnen wir uns alle mehr denn je danach, wie es denn mit unserer Zukunft weitergehen soll. Wer könnte das besser wissen als die Sterne? Deshalb wollen wir euch helfen und Monat für Monat und Sternzeichen für Sternzeichen euch zeigen, was das Saturnjahr 21 für euch in Zukunft bereithält. Und da der Herrschaftsplanet Saturn im Wassermann steht, fangen wir heute mit dem Wassermann an. Und da die Götter, vermutlich aus Erbarmen, den Menschen den Wein geschenkt haben, zeigen wir euch auch, welcher magischer Tropfen am besten zu welchen Sternzeichen passt und es beflügelt. Also aufmerksam zuhören, das Astroangebot am Ende nicht verpassen und viel Spaß und Erleuchtung. O Frankenwein, o Frankenwein, dies Jahr wird sicher unser sein. Die Sterne stehen günstig da, der Wassermann hat jetzt sein Jahr. Saturn rückt ein und herrscht dazu. Es gibt dies Jahr so kein Tabu. Auch Jupiter im Zeichen steht, fast wie ein Wunder, wie ihr seht, kommt alle 100 Jahre vor. Und deshalb steht ihr vor dem Tor, das sich euch öffnet und die Welt durch euer Tun viel Kraft erhält. Mit Energie vom Wassermann der Mensch sich besser öffnen kann. Der Unterschied zu Arm und Reich bleibt nicht mehr hart und wird ganz weich. Die Menschheit ist uns ausgesetzt. Und in dem Jahr zu guter Letzt kommt viel mehr Ansehen und auch Geld in deine harte Arbeitswelt. Verwirklichung steht vorne an. Nichts Neues für den Wassermann. Doch noch in diesem guten Jahr wird das Ersehnte endlich wahr. Die Grenzen fallen ganz und gar. Es wird für euch nur wunderbar. Gesund zu leben ist das Ziel. Ihr investiert dafür recht viel. Belohnt wird's mit Vitalität. Auch altes Leiden dann vergeht. Der Anspruch an die Partnerschaft ist höher als so mancher schafft. Doch dieses Jahr, ihr werdet sehen, wird mancher euren Weg mitgehen. Die Welt wird voller Menschen sein, die mit euch sind und guter Wein wird euch die Unterstützung geben, das Leben voll Genuss zu leben. Der Riesling von der Steillage, den ich hier heute bei mir trage, bringt alles mit, was euch ausmacht und eure Leidenschaft entfacht. Viel Pflege braucht der gute Wein und Mainstream will er gar nicht sein. Ist wählerisch und anspruchsvoll, so wird er rassig. Einfach toll. Wie er so ist, der Wassermann, braucht er den Wein, der Gutes kann. Mit euch und diesem Riesling-Wein wird diese Welt bald besser sein. Schon immer träumen wir davon, dass die Welt sich ändert und besser wird. Ich wünsche uns in diesem außerordentlichen Wassermannjahr die Erfüllung dieses Traums. Der Riesling also ist das alter Ego des Wassermanns. Das ehrgeizige Motto des Wassermanns, »There are no limits« gilt in gleicher Weise für den König der Rebsorten. Er kann zu unglaublich göttlichem Genuss verhelfen. Mit diesem Riesling vom allersteilsten Sahnestück des legendären Eschandorfer Lumps, das Stückchen, das die Franken andächtig den Urlump nennen und das ein betuchter Hamburger gekauft hat, auf das ein begnadeter Weinmacher daraus einen ganz besonderen Tropfen machen möge. Mit diesem Riesling kann ein Wassermann zu Hochform auflaufen. Aber er wird auch andere begeistern. Er duftet zart nach Vanille und Pfirsich, ist durchgegoren und köstlich-cremig mit brillanter goldgelber Farbe. Unser Astro-Angebot heute bringt euch für nur 80 Euro sechs Flaschen dieses Weins frei Haus. Und zwar auch im Norden bis nach Pinneberg, im Osten bis nach Glinde, im Süden nach Seevetal und im Westen hinaus nach Blankenese. Und dazu ein Lotterielos, für das wir alle Daumen drücken. Und sollte ein Wassermann unter den Bestellern sein, bitte melden. Dann liegt zusätzlich ein Geburtstagsgeschenk und ein ausführliches Horoskop dabei. Unser Angebot gilt bis zum Eintreffen der Fische am 20. Februar. Allen viel Glück! Der Fisch zum Eintreffen der Fisch. Der Fisch zum Eintreffen der Fisch. Untertitelung des ZDF, 2020